Und da sind wir wieder, mit der kleinen Unterbrechung. Telefon hat geklingelt. Keine Ahnung, wer da war. Der Koffer ist wichtig. Ich soll die Fint-Vögel fotografieren. Okay. Ne. Oh, es gewittert. Abgeschlossen. Das erzeugt schon eine coole Stimmung. Obwohl das so... Äh... Grafikmäßig sehr schlicht gehalten ist. Das muss man ja schon sagen. Hups. Welche Positionen fotografieren muss man... Ja... Ja... Es ist explodiert. Es ist explodiert. Es ist explodiert. Also bleiben noch viel. Vier Birds. 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 Das muss der Eck der Produkte ausgeben. Ja, das ist cool. Okay, das ist ein Standard, das eben... Die reagieren auf das Fotolicht. Blitzlicht. Genau. So kann man die mitärkt. Aber mit dem Streit. Okay Laufen wir mal in dieser Sicht hier weiter Oh mein Gott Krass Hammer Spum Okay, dass diese Hahnenmaste das enthalten ist da auch Wow 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 Oh Wow Was ist denn hier? Oh das ist unser Startraum Das ist cool Das ist gut zu essen Dann müssen wir wohl diese Tür Hm? Dann müssen wir Jesus Hm Diese Vögel Die interessieren mich noch lange Diese Türen sind viel cooler Die Tür öffnet sich auch sofort nachdem man diese Schlösser gut gemacht hat Hm Laufenboot ist wie exudiert So Das war so Is nicht weiter Das ist gut. Hier war ich... Wo komm ich denn von da? Ist keine Tür? Auch keine Tür... Ach, da oben irgendwie geht's weiter, oder nicht? Ich muss jetzt zurück... Mal gucken, wo der letzte Autosave ist... Oder musste ich zum... Ich musste zum Exit... Ich hatte doch alle Fotos... Fuck... Nein... Genau jetzt fällt es mir ein... Aber zum Glück sind die Missionen kurz... Man kann die mehrfach machen... Man kann auch mal feilen... Blablabla... Fäll nicht gut... Blablabla... 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 Ich muss gar nicht explodieren hören Ich muss tatsächlich explodieren Ich kann mal spielen Jetzt macht es mir Spaß, es ist leicht, es ist kurz, es ist... Boah Boah Sooo Sooo Wo war denn der Exit nochmal? Hier? Wo muss ich hin? Boah Ich muss wieder zum Exit Ah Okay, ich seh's auch jetzt links Sollte mehr auf die Umgebung achten Wie kommt man denn da wieder hoch? Huh? Find the Exit 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 Wie kommt man denn da wieder hoch? So Hier läuft man auch nur durch die Tür Hier läuft man auch nur durch die Tür Halt ihn zu Ich versteh's nicht Ich versteh's nicht Ich versteh's nicht Ich mach dir mal safe Wie kann man das? Save game Save game Bad finger boogie Hm Hm Ich spiele jetzt blind Und das merkt man dann noch Bad finger boogie Bad finger boogie boogie Was muss ich denn noch machen? Verdammt Ich bin hier und Ah Oh mein Oh mein Gott Oh mein Gott Blup Oh Oh mein Gott Ja Okay Wir haben wohl Wir haben wohl Na Wo sind die beiden Männer hier? Abgeschlossen Hier ist eine Tür knapp anders Egal wir müssen zum Exit Klapp Klapp Oh Wir wurden angeschossen Was? Was? Nein Oh Ich wusste doch Sie hatte Ein Huh? Ohne Füße Nein Komm mir nicht näher Nehm nicht meine Kamera Was? 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 Sie verschwindet in unseren Fotos Wo ist sie hin? Was? Nein 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 Die Sehnen kommt und sie läuft Sie läuft dem Zug entgegen WTF 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 wovor wir hier folgen auf den Kapiteln von allen Tanzenhorn ich renne wieder zurück mein gesamtes Leben läuft vor meinem Auge ab Nein, ich will nicht sterben ich bin erster wuhuhuhu die End ja das war doch mal ein Spiel was zum Denken anregt kurz und knackig ist ein Versuch wert es ist knapp 25 Megabyte groß schaut es euch an ja gibt es hier noch was zu gucken äh Control, Sound, Display verschiedenste Einstellungen und ja ich hätte das glaube ich lieber die Auflösung anders stellen sollen aber okay ähm den Download Link schicke ich euch findet ihr in der Beschreibung ich hoffe es hat euch Spaß gemacht bis zum nächsten Mal